Damit herzlich willkommen zu diesem kurzen, spontanen Video auf meinem Kanal. Heute geht es um ein Thema, worüber ich mir so die letzten paar Stunden oder Tage auch Gedanken gemacht habe, nämlich wie mache ich 2024 zum besten Jahr in meinem Leben bisher. Und da sind mir viele Gedanken gekommen, deswegen dachte ich mir, darüber kann ich doch mal kurz ein YouTube-Video machen, denn auf YouTube teile ich das, worüber ich mich selber im Leben Gedanken mache und was mir gerade auch eine Rolle spielt. Und deshalb erzähle ich dir hier in diesem Video so 5 Tipps, mit denen du dann das nächste Jahr, also 2024, zum besten Jahr in deinem Leben bisher machen kannst. Ich nehme es ja auch gerade mit einem relativ neuen Setup auf, also mein Vlog-Setup. Die Kamera ist dieselbe, aber neues Mikrofon, genauso wie Stativ. Also schreibt mir gerne in die Kommentare, wie so die Mic-Quale ist. Natürlich wird die vom Schuhabbeißer sein, aber so mit dem Nike ist es bestimmt auch ganz entspannt. Aber damit würde ich sagen, starte ich auch direkt mit dem ersten Tipp für 2024 rein. Kurz auch davor, ich glaube, ich habe wirklich alle Facetten abgedeckt, also alle Lebensbereiche, hoffe ich mal zumindest. Aber der erste Tipp ist, wie du dir Ziele richtig setzt, damit du die auch im Schluss endlich einhaltest. Denn das Problem an Neujahresvorsätze ist und allgemein Neujahresziele, dass es faktisch belegt, 80% der Menschen, die sich Neujahresvorsätze machen, diese bis zum 20. Januar nicht mehr weitermachen. Also das heißt, dass man bis zum 20. Januar sich vielleicht Mühe gibt, die zu erreichen, aber ab dem 20. Januar genau wieder dieselben Routinen drin sind wie im vorigen Jahr. Also sage ich mal, man setzt sich als Ziel, ja, ich trinke kein Alkohol mehr. Und bis zum 20. haben 80% wieder damit angefangen, dass sie sich abends die Birne zu hauen. So viel dazu. Und das Problem ist, dass es gesellschaftlich angesehen ist, dass man seine Ziele oder Neujahresvorsätze nicht erreicht. Denn ich weiß nicht, ich glaube, so offen hat das jetzt noch niemand wirklich gesagt, aber ihr kennt es doch safe, wenn ihr am Silvesterabend mit Verwandten oder Freunden da sitzt. Ihr unterhaltet euch über Neujahresvorsätze und spricht darüber relativ lustig, sage ich mal. Also setzt euch einmal irgendwelche Spaßvorsätze, behandelt das Thema relativ lustig und das Problem, was daraus entsteht, ist, dass ihr eure Neujahresvorsätze und Ziele nicht ernst nimmt. Und das hört sich jetzt eigentlich easy an, ist aber wirklich ein relativ großes Problem, denn unterbewusst habt ihr keinen Respekt vor dem, was ihr euch selber vorgibt, um die beste Vision von euch selber zu werden. Und wenn man es mal überlegt, alle Ziele, die ihr dieses Jahr euch gesetzt habt oder Neujahresvorsätze, sage ich mal, wöchentlich dreimal ins Stream gehen, jeden Tag eine halbe Stunde lesen, wette ich, dass sie meistens nicht erreicht haben. Und wenn man das dann am Silvesterabend erzählt, bei einem Kollegen, bei der Familie und alles drum und dran, dann lacht mal einfach miteinander, sieht es als völlig normal an. Aber, wenn sie sich fragen, welche Neujahresvorsätze hast du denn erreicht und du sagst, wirklich, du hast deine erreicht, dann wirst du schon in irgendeiner Art empört, weil du gehörst dann nicht mehr zur Normalität an. Und sie denken sich, das ist aber schon irgendwie so ein Schlaumeier, der erreicht seine Ziele. Hä, was ist denn das? Also das klingt eigentlich komplett behindert hier im Video, aber so ist es doch irgendwo, wenn man es mal so ein bisschen runter bricht. Deshalb lasst euch von solchen Leuten nicht beeinflussen, setzt euch Ziele und macht euch unbewusst klar, ja, die will ich erreichen. Und redet, wenn ihr über Ziele oder Neujahresvorsätze spricht, nicht lustig. Also macht darüber keine Späße, lacht darüber nicht, weil natürlich hat man dadurch einen besseren Abend. Aber es gibt Sachen, worüber man sich ebenso lustig machen kann, die nicht eure Zukunft beeinflussen. Und ein riesiger Punkt ist auch, dass viele sich so viele Ziele setzen, dass sie überhaupt gar keinen Überblick mehr darüber haben. Ich kenne selber, man setzt sich, ich habe schon dieses Jahr gesagt, ich setze mir relativ wenig Ziele, waren sechs Ziele und selbst das waren zu viel. Und ich wette von euch, manche geben so alle acht Lebensbereiche durch und schreiben sich so jeden Lebensbereich fünf Ziele durch, also dass sie am Ende irgendwie 40 Ziele haben, wovon sie natürlich keine erreichen werden, weil sie nicht mal einen Überblick über zehn Ziele davon haben. Und deshalb hier mal eine kurze Empfehlung von mir, wie man sich richtig Ziele setzt. Das ist jetzt meine eigene Erfahrung, so mache ich das auch im nächsten Jahr oder habe ich jetzt schon gemacht. Und so würde ich dir das ebenso empfehlen. An dieser Stelle, wenn du bisher noch keine Ziele gesetzt hast, mach das jetzt. Also pausier das Video, nimm dir ein Papier und Stift und schreib deine Ziele auf. Denn wenn du sagst, ja, das mache ich nach einem Video, dann ist es Silvesterabend, weil ich lade das Video an Silvester hoch. Denn es ist Neujahr, du bist komplett zugetrunken und das ist schon mal ein richtiger Scheißstart des Neujahr. Ja, wenn du am ersten Tag, also dass du bis zum neuen Jahr nicht mal geschafft hast, dir Gedanken zu machen, was du im nächsten Jahr erreichen willst, falls du mich an dieser Stelle hier verstehst. Deshalb kurz, wie ich mir meine Ziele formuliere. Ich setze mir erst mal drei Ziele für das gesamte Jahr. Darin enthalten ist einmal ein wirtschaftliches Ziel, also eigentlich finanzielles Ziel, genauso ein privates Ziel. Also auch familiärisch, unter Freunden und alles drum und dran. Das dritte Ziel, das habe ich jetzt keine bestimmte Vorgabe, was es sein soll. Da könnt ihr machen, was ihr wollt, egal in welchem Lebensbereich. Anschließend unterbreche ich oder breche ich diese Ziele in jeweils drei Ziele für das erste Quartal aus. Also welche Sachen, also welche Ziele ich erreichen muss im ersten Quartal, also bis zum ersten April, damit ich meinem Jahresziel näher komme. Und auch nur drei, also für jedes Ziel, was ihr gesetzt habt, schreibt ein Unterziel hin, was kleiner ist, was aber euch auf dem Weg dazu hilft oder dazu bringt, das Jahresziel zu erreichen. Anschließend breche ich diese Quartalsziele wieder geteilt durch drei, dass ich dann am Ende drei Monatsziele habe. Und genau dasselbe Effekt, die drei Monatsziele sind alle, also jedes einzelne Ziel ist ein Unterziel von den Quartalszielen und die Quartalsziele sind Unterziele von den Jahresziele. Also dass jedes große Ziel von euch Unterziel hat, die bis auf den Tag runtergebrochen werden. Denn so wirst ihr jeden Tag, was ihr tun müsst, um dieses Ziel zu erreichen. Aber sobald ihr euch dann eure drei Jahresziele festgelegt habt, dann drei Ziele für den ersten Quartal, genauso wie drei Ziele für den ersten Monat, kommt ihr dazu, dass in die Wochenziele dran kommen. Dann gibt es einmal die Methode, dass man sich auch Ziele für die Woche setzt. Ich setze mir da eher aber To-Dos, weil eine Woche ist halt zu minimal runtergebrochen, finde ich. Das heißt, ihr schreibt euch so viele To-Dos auf, wie ihr wollt, also was ihr denkt, was ihr auch erreichen könntet, die euch etwas bringen, um das Monatsziel zu erreichen. Und diese Wochenziele erledigt ihr dann einfach Tag für Tag, plant in euren Tag ein. Und wenn ihr das wirklich durchzieht und euch die Ziele nicht ganz zu krass übertrieben setzt und auch nicht 500 To-Dos aufschreibt, wovon ihr fünf erreicht, dann habt ihr mit dieser Methode extrem hohe Chance, Erfolg zu erzielen am Ende des Jahres und nicht wieder an Silvester rumzusitzen. Dieses Jahr, das Jahr ist schon wieder zu rum, ich habe nicht mal eins von meinen zehn Zielen erreicht. Dass euch das nicht passiert und dann wieder unzufrieden seid, greift jetzt die Aktion und setzt euch Ziele und hält die auch ein und bricht die so runter, wie ich es euch gerade erklärt habe. Aber noch kurz zu den Zielen, ein kurzes Wort, was enorm wichtig ist, nämlich wie definiert ihr denn eigentlich eure Ziele am besten? Viele würden jetzt sagen, greift die Ziele so hoch, wie es nur geht, weil umso höher das Ziel ist, umso mehr müsst ihr dafür arbeiten. In gewisser Maßen stimmt das auch, ganz ehrlich. Das Problem ist aber, wenn ihr von euren drei Zielen nicht eins andersweise erreicht, dann werdet ihr extrem demotiviert, dann werdet ihr das Jahr reisen und das ist ja auch nicht das Ding dahinter, also das Ziel hinter den ganzen Zielsetzungen. Deshalb würde ich euch empfehlen, dass ihr einmal euch ein realistisches Ziel setzt, also ein realistisches Ziel, was ihr so gut wie 100% erreicht. Dann baut ihr im selben Ding ein Ziel, was übertrieben hoch ist und dann ergreift ihr die Mitte. Also ein Ziel, was realistisch ist, was aber nur mit guter Anstrengung erreichbar ist. Weil bei den meisten würde es so sein, bei mir ist es eben so, dass man am Ende des Jahres so gut wie keine Ziele erreicht, aber trotzdem hat man von jedem Ziel so ungefähr 80 bis 90% erreicht, was auch ja schon eine Erreichung des Ziels in irgendeiner Art und Weise ist, würde ich an dieser Stelle sagen. Und auch noch ein extrem wichtiger Punkt. Das Problem ist, wenn ihr euch einfach random Ziele setzt, wie zum Beispiel, ich gehe dreimal die Woche ins Gym, weil es der Marvin von YouTube sagt, oder ich strenge mich an für mein Leben, weil es der andere sagt, dann habt ihr keine Motivation, die Ziele irgendwo einzuhalten. Hinter jedem Ziel muss ein langfristiges Interesse stecken. Also wenn ihr sagt, ja, ich gehe dreimal die Woche ins Gym, damit ich am Ende des Jahres ein nice Sixpack habe, einen Bizeps habe, dass ich einfach gut aussehe und mit dieser Kraft, sage ich mal, gesünder leben kann. Oder dass ihr sagt, ja, ich will im Ausdauertrainieren, einen Punkt, den ich nächstes Jahr angehe, dass ihr zum Beispiel sagt, ich will einen Marathon rennen. Und ein Marathon rennen ist zwar nice to have, aber nicht wirklich so wichtig. Aber sobald ihr Ausdauer habt, könnt ihr auch andere Sachen viel besser in eurem Leben und allgemein eure Gesundheit verbessert sich phänomenal, sage ich mal. Also wirklich krass. Damit auch direkt zum zweiten Punkt in diesem Video, nämlich die ideale Wochenmethode. Das ist eine Methode, in der du deine Woche so perfekt planst, wie du sie haben willst. Und dann setzt du dir das Ziel zum Beispiel wöchentlich, ja, ich will diese Woche an vier von sieben Tagen erreichen. Was dann auch schon völlig ausreicht, weil wenn du vier Tage in der Woche deine perfekte Woche lebst, dann ist es schon wirklich ein riesiger Erfolg, vor allem für den Anfang. Am Anfang kannst du sagen, ja, ich mache das vielleicht zwei, drei Tage die Woche, ist mein Ziel. Natürlich versuchst du das an sieben Tagen der Woche zu machen, aber ich glaube, du verstehst, was ich an dieser Stelle meine, dass wenn du dir zu hohe Expectations setzt und die du nicht einhältst, dann bist du unzufrieden und hast keine Lust, dir die nächsten zu setzen. Und deshalb würde ich sagen, geh hierfür einfach jetzt in diesem Video, zieh dein Video klein oder mach es im Hintergrund und geh in deinen Kalender rein. Und hier blende ich jetzt auch gerade mal hier einen Beispielkalender ein. Und dann überlegst du dir, wie soll denn so eine perfekte Woche oder Tag von mir aussehen? Überleg dir, wann will ich ins Gym gehen? Wann will ich meine Morgenroutine machen? Wann will ich lesen? Wann will ich essen gehen? Wann will ich Freunde treffen? Wann will ich arbeiten? Wann will ich Meetings führen? Solche Fragen überlegst du dir. Schreibst du dir auf und dann gehst du zu deinem Kalender, machst dir einzelne Time-Blocks, dass diese so geblockiert sind. Am besten noch farbig markieren und wählst ihn bei jedem einzelnen Time-Block aus, dass es diese auf alle Tage übernehmen soll. Weil so hast du dir den kompletten Kalender in Farben unterteilt und jede Farbe steht für eine andere Kategorie. Wie zum Beispiel bei mir, 6.30 Uhr bis 7 Uhr Morgenroutine. Oder abends von 23 Uhr bis 23.30 Uhr lesen. Hier auch gerade noch ein Beispiel eingeblendet, damit ihr das Ganze noch ein bisschen besser versteht. Aber das ist eine sehr effektive Methode. Und wenn ihr mehrere Bildschirme habt oder ein iPad, ist es perfekt. Denn dann könnt ihr euch diesen Kalender einfach neben den Tisch stellen und habt immer einen Überblick darauf. Und werdet immer erinnert, ja, ich muss mich anstrengen, um das zu erreichen. Und am besten, ihr klebt euch dann auch noch an den Zettel eure Ziele nebendran auf. Dann seid ihr schon mal perfekt fürs nächste Jahr gewartmet. Und wenn ihr euch das Zeitfenster darauf blockiert, hier noch ein ganz wichtiger Tipp, der fehlt, dass mir dieses Jahr passiert. Dem werden es die wenigsten betreffen, aber nur an dieser Stelle. Nämlich ist das Problem, dass wenn ihr euch ein Zeitfenster blockiert und zum Beispiel ein Tool wie Calendly habt, wo potenzielle Kunden mit euch Meetings ausmachen können, dann könnt ihr keine Meetings mit euch ausmachen, weil ihr alle Zeiten blockiert habt. Da müsst ihr den einstellen bei den einzelnen Timeblocks oder in Calendly, dass dieser Kalender mit den Timeblocks nicht wahrgenommen wird. Also dass er für Calendly unsichtbar ist. Weil das wäre ja ein riesiges Problem, wenn ihr niemand mehr mit euch ein Meeting ausmachen kann, weil ihr ja alles getimedlockt habt und dadurch die Zeit blockiert ist. Also denkt unbedingt daran, für die, die was ähnliches machen wie mir, also alle, die mal mit Kunden etwas zu tun haben oder mit Calendly und so Tools in Verbindung kommen. Macht euch am besten einfach einen extra Kalender. Das geht bei Google, da kannst du ja mehrere Kalender machen. Der dann, sag ich mal, heißt Timeblock. Aber den fügst du nicht in Calendly hinzu oder deaktivierst den, je nachdem, wie es denn bei dir aktuell ist. Und damit auch direkt zum dritten Tipp. Und das ist ein Tipp, extrem wichtiger Tipp, muss ich an dieser Stelle sagen. Eigentlich wollte ich ihn zuerst bringen oder am Ende, aber dieser Tipp, der wird wirklich, also langfristig ist der Wichtigste, sag ich ehrlich. Und das ist das Rad des Lebens. Es ist ein Rad, das in acht verschiedene Farben unterteilt ist und jede Farbe stellt einen anderen Bereich deines Lebens dar. Ich blende auch hier jetzt gerade mal ein Bild ein, dass ihr euch das Ganze vorstellen könnt. Und das Rad beschreibt euch ganz gut, weil das Rad bedeutet, ihr müsst in jedem Punkt ungefähr ausgeglichen sein, damit euch es im Leben irgendwo gut geht. Und das beschreibt auch, wieso es so viele Suizide gibt, weil wenn du finanziell reich bist, dann haben viele Musiker zum Beispiel auch, also Stars, dass sie aber bei ihren sozialen und familiärischen komplett hinten dran sind oder spiritual und sich dann selber umbringen. Das ist so ein riesiger Punkt dafür. Lieber bist du finanziell oder in anderen Bereichen ein bisschen weniger, dafür in anderen ein bisschen mehr. Also ein Ausgleich aus allem ist perfekt. Natürlich aber musst du immer mal wieder einen Fokus auf andere Bereiche legen. Zum Beispiel bei mir ist gerade der Fokus auf Karriere und Finanzielles, weil gerade die besten Jahre dafür sind. Und natürlich die nächsten Jahre und vor allem auch das nächste Jahr werden die anderen Punkte für diesen Punkt absinken. Das ist aber einfach so. Ihr dürft es aber nicht zu stark absinken lassen, das müsst ihr selber für euch wissen. Aber wenn ihr den einen Punkt behandelt habt und, sag ich mal, finanziell Erfolg habt in den fünf Jahren, dann könnt ihr den nächsten Punkt angehen. Aber dadurch, dass ihr finanziell Erfolg habt, habt ihr viel mehr Zeit für den nächsten Punkt. Also ihr könnt dann viel mehr Zeit mit euren Freunden, Familie verbringen oder wovon ich dann auch ausgehen werde, was ich dann tue. Das dauert auch noch ein bisschen, dass ich mich für das Thema Religion ein bisschen mehr interessiere. Weil wenn man sich damit ja mal wirklich beschäftigt und nicht nur die ganze Zeit die Medien liest, die ja Kirchenaustritte, wegen Kirche passieren alle Kriege, dann versteht man auch den Sinn dahinter. Und damit meine ich auch nicht, dass man in der Kirche eintritt in den Kirchensteuern zahlen, sondern für das, was eigentlich Kirche gedacht war, nämlich am Glauben an eine höhere Macht, die einen Zusammenhalt bringt, keinen Krieg und in der Art, dass man sich geborgen gefühlt. Also dass es eine Macht gibt, über dir, an die du glaubst, dass es dir selber besser geht. Ich bin da auch nur nicht zu tief im Thema drin, aber Religion ist eh so ein Punkt, den jeder anders versteht. Und so ist mal bisher meine Wahrnehmung davon, aber die kann sich noch komplett ändern. Zum vierten Punkt ist ein Punkt, den ich dieses Jahr immer halblebig ein bisschen gemacht habe. Ich erkläre euch gerade auch gleich, wieso. Nächstes Jahr aber auch extrem angehen will, und das ist Journaling oder auch genannt Tagebuch führen. Und das ist eine Aktivität, die in letzter Zeit wieder immer und immer mehr in den Trend kommt. Ich sage mal, vor fünf Jahren hätte man da, sage ich mal, ein Tagebuch geschrieben, den wäre mal ausgedacht geworden in der Schule. Heutzutage, ich weiß nicht, wie es in der Schule ist, aber mit den Leuten, wo ich mich unterhalte, ist es schon sehr angesehen. Und da interessiert man sich auch gegenseitig dafür, wie man dann selber ein Tagebuch zum Beispiel schreibt oder einfach schauen hat. Ich finde Tagebuch ist so ein komisches Wort dazu. Und was ist denn genau ein Journal? In einem Journal schreibst du rein, was deine Ziele sind, was deine To-Do's sind, was deine, du kannst auch noch Time-Blocks reinmachen, wenn du es ganz extrem willst, aber auch einen riesigen, wichtigen Punkt, du schreibst jeden Tag rein, für was du dankbar bist. Dankbarkeit ist die wichtigste Emotion, die du haben kannst, denn durch Dankbarkeit, das festigt sich in deinem Unterbewusstsein und sorgt dafür, dass du einfach positiver durchs Leben gehst. Und das ist so eine Aktivität, die habe ich jetzt dieses Jahr oft gemacht, aber ich habe immer nur das e-Journaling gemacht, also am iPad oder am MacBook oder am Handy. Das Problem ist aber, es ist nicht nachgewiesen, ich habe das auch noch nie untersuchen lassen, ich würde selber von mir behaupten, ich bin ein leichter Legastheniker. Davon kommt, sage ich mal, dass ich relativ, das klingt jetzt dumm, aber den Chaos in meinem Kopf habe. Genauso aber auch, dass die Rechtschreibung nicht on point ist, was ich dieses Jahr, das ist eh witzig, noch kurzer Punkt, dieses Jahr hat sich meine Rechtschreibung und Grammatik und Aussprache so viel verbessert, wie in keinem anderen Jahr Schule. Das ist wirklich krass. Schaut euch am besten mal ein Video von mir zwei Jahre ab jetzt an, also vor zwei Jahren und ihr werdet merken, wie sich das Ganze entwickelt hat. Und auch die Grammatik und alles drum und dran. Genau, so viel zu diesem Punkt. Und wenn man Legastheniker ist, dann hat man Schwierigkeiten damit, wenn man alles nur kurz aufschreibt, weil das Problem ist, wenn du das in den PC eingibst, dann speichert das sich nicht so sehr stark ins Unterbewusstsein. Dann vergisst du es direkt wieder. Wenn du aber ein Tagebuch führst und alles mit deinem Stift aufschreibst, dann hast du eine Schreibbewegung, eine physische Aktion und dadurch hast du das direkt wieder viel mehr im Kopf drin. Und deshalb würde ich es jedem empfehlen, wenn du sagst, ja, ich glaube, ich kann es auch mit e-Journaling machen, GoTo kannst du gerne machen, ist besser als nichts. Aber was ich zumindest empfehle, ist, dass jeder sich, der das Video schaut und dazu Bock hat, eine Journal kauft. Ich habe auch eins, ich habe es jetzt aber hier gerade nicht parat und dieses Mal für mindestens drei Monate benutzt. Und nach diesen drei Monaten kannst du dir selber entscheiden, hast du mir etwas gebracht oder nicht. Das sind vielleicht 20, 30 Euro, die wir dein Leben wirklich verändern könnten. Deshalb, wieso riskiert das nicht? Und wenn du das Geld dazu nicht hast, dann nimm dir einfach einen Blog, wo du das Ganze aufschreibst. Das geht ja genauso. Der Vorteil ist nur ein Journaling, wo 20, 30 Euro kostet. Das sind die vorgefertigte Formas, dass du nicht jeden Tag die Tabellen neu zeichnen musst. Und genau, soviel eigentlich zu diesem Punkt. Der nächste Punkt ist in der Art Bonuspunkt, kann ich an dieser Stelle sagen. Also ich habe dir noch, die anderen Punkte, sei gekürzt ehrlich, habe ich schon in anderen YouTube-Videos gesehen. Das kann ich ja auch offen zugeben. Ich bringe dir einfach nur in meinen eigenen Worten rüber. Also erst zum fünften Tipp in diesem Video, wie du das Jahr 2024 zu deinem besten Jahr in deinem Leben machst. Und der Punkt ist, mache dir klar, weshalb 2024 das beste Jahr in deinem Leben wird. Das klingt simpel, aber ich erkläre dir kurz, was ich damit meine. Natürlich wird 2024 schwer. Wir haben anhaltende Kriege, wir haben eine geopolitische Unruhe, wir haben eine anhaltende Inflation, die nicht besser wird. Wir haben Banken, die kurzfordernden Zusammenbruch sind, aber das alles sind Dinge, die du nicht beeinflussen kannst. Also mache ich dir Gedanken über Dinge, die du beeinflussen kannst. Und damit meine ich, gehe jetzt mal in Google und suche einfach nur, ja, was kann ja nächstes Jahr in meinem Bereich passieren. Und schreibe dir dann auf, was sind die guten Dinge sind. Bei mir ist es zum Beispiel, dass ich produziere hauptsächlich Shortform-Content, damit Unternehmensaccounts von mir, organische Reichweite aufbauen und bis Ende 2024 hat die EU beschlossen, dass, glaube ich, 75% der Cookies-Wans eingeschränkt werden. Also wird die Trackbarkeit von Paid-Ads viel schlechter werden, was bedeutet, dass organisches Reichweite die Zukunft führt. Das freut mich natürlich sehr, ist aber auch irgendwo in den Druck, weil die Foundation habe ich jetzt gebaut, dieses Jahr. Jetzt im nächsten Jahr muss ich mich beweisen und zu den oberen mitspielen, weil sonst wird man ziemlich, ziemlich schnell von den anderen überspielt. Oder dieses Jahr, ein Hobby von mir ist halt einfach YouTube. Das ist eigentlich ein Vorteil, weil mein Hobby ist irgendwo Content-Produktion. Das passt am besten. Dieses Jahr habe ich YouTube leider sehr vernachlässigt, muss ich ehrlich zugeben. also dieses Jahr gerade mal vielleicht 1500 Abonnenten dazugewonnen, was gar nicht so viel ist. Daher wäre deutlich mehr drin gewesen. Aber ich habe in der Vlogging-Camera alles drum und dran gekauft, mit der ich auch gerade aufnehme. Und es steht voraus, oder ich habe gelesen, dass nächstes Jahr Vlogs wieder auf YouTube in den Trend kommen sollen. Ich weiß noch nicht, wie es sein wird, aber ich bin extrem gehypt drauf. Ich weiß trotzdem machen, egal ob es im Hype ist oder nicht. Aber ich würde mich natürlich darüber freuen. Das ist aber auch klar. Und wenn du in einer Nische jetzt aktiv bist, also überleg dir, in welcher Nische bin ich. Die meisten wissen, das denke ich mal schon. Und such dir mit dem Internet nach positiven Sachen, die deine Nische nächstes Jahr erfahren wird. Also das ist eigentlich relativ easy. Du kannst auch sagen, wenn du jetzt jemand bist, der Paid-Ad schaltet, natürlich ist es mit den Cookies scheiße. Du kannst aber ebenso sagen, ja, ich gehöre zu den Besseren, weshalb sich denn nur die Besten herauskristallisieren werden. Und dadurch hast du natürlich auch wieder mehr Umsatz und kannst dich darauf freuen. Und dieses Jahr war bei mir die Zeit, um die Foundation zu bauen. Nächstes Jahr ist es das Jahr, um zu beweisen. Und ich bin extrem gehypt drauf, kann ich an dieser Stelle ehrlich zugeben. Ab nächstes Jahr folgen die Wochen-Vlogs. Ich bin extrem hype drauf, also ich nehme immer eine Woche als Vlog auf und lade diesen dann so drei Tage später hoch, am Mittwoch zum Beispiel. Und es werden jetzt noch zwei Videos folgen über so ein Thema, sag ich mal. Also einmal noch kurz ein Recap über das Jahr 2023, weil ich habe ja schon ein Learning-Video gemacht, was bisher extrem gut angekommen ist. Also vielen Dank an dieser Stelle. Und ich werde noch ein Video machen, wo ich so das ganze Jahr ein bisschen Revue passieren lasse. Das wird auch sehr lang. Und genauso wird ein Video kommen, was 2024 so ansteht. Und deshalb würde ich an dieser Stelle sagen, schreibt jetzt in die Kommentare, weshalb 2024 dein bestes Jahr in deinem Leben wird. Und ich wünsche euch einen guten Rutsch. Wir sehen uns damit erst wieder im nächsten Jahr. Und macht 2024 wirklich zum Besten, was ihr von euch geben könnt. Bis dann.